Endlich, das Warten hat ein Ende. Nach wochenlanger großer Sorge um Prinzessin Kate veröffentlicht der britische Palast zum Muttertag, der in England heute gefeiert wird, ein wundervolles Foto mit ihren drei Kindern. Prinzessin Kate, endlich, erstes offizielles Foto nach ihrer Operation. Eine strahlende Kate, 42, im Kreise ihrer drei Kinder Prinz Louis, 5, Prinzessin Charlotte, 9, und Prinz George, 10. Was für ein wunderbares und zauberhaftes Lebenszeichen der Prinzessin nach wochenlanger Sorge um ihre Gesundheit. Sie sitzt auf einem Stuhl auf ihrer Terrasse und lacht mit ihren Kindern um die Wette. Aufgenommen hat das Foto Ehemann Prinz William, 41. Dazu schreibt Katharin. Vielen Dank für eure freundlichen Wünsche und eure kontinuierliche Unterstützung in den letzten zwei Monaten. Ich wünsche allen einen schönen Muttertag. C. Prinzessin Kate genießt Zeit mit ihren Kindern. Auch wenn sich nicht nur Royal-Fans über das Foto freuen dürften, da es zeigt, dass Kate scheinbar auf ihrem Genesungsweg auf dem Weg der Besserung ist, sind keine neuen Informationen über ihre Gesundheit bekannt. Das Rätsel um ihre Unterleibs-Operation im Januar geht also weiter. Nach ihrem Auftritt beim Weihnachtsspaziergang in Sandringham am ersten Weihnachtsfeiertag gab es kein offizielles Foto mehr von Prinzessin Kate. Die vom Palast veröffentlichten Fotos zum Weltfrauentag waren zwar unbekannt, aber nicht aktuell. Vor wenigen Tagen waren lediglich ein paar Paparazzi-Bilder aufgetaucht, die sie neben ihrer Mutter im Auto zeigen. Dabei trug sie eine große Sonnenbrille, sodass über ihre Miene oder Mimik nur gerätselt werden kann. Ganz anders als auf diesem wirklich wunderschönen Familienfoto, auf dem zum heutigen Muttertag, lediglich Prinz William nicht mit aufs Bild durfte. In England und Irland wird der Muttertag immer am vierten Sonntag vor Ostern gefeiert und dieser Brauch reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Wo hingegen in Deutschland der Muttertag erst im Mai begangen wird und das auch erst seit der Weimarer Republik, also seit rund 100 Jahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017